Yo, yo, was geht ab? Ich bin der Peckhamstar und heute mal ein etwas anderes Video. Wie ihr es gerade schon gesehen habt, heute mal ein etwas anderes Video. Ich dachte, wir kommen schon, Lolli, immer nur Minecraft oder Spiele zocken. Ist immer langweilig. Ich habe mal auf so eine Idee gekommen. Ich habe mal nachgedacht, Lolli, was könnte es noch so alles bringen? Und da bin ich auf diese wunderschöne Idee gekommen, das ist so ein Ten-Finger-Fast-Tipp-Test. Ich bin gespannt, wie schnell ich überhaupt schreiben kann. Würde ich mal sagen. Ich bin hier nochmal gleich. Das Spiel basiert darauf. Man soll so schnell diese Wörter tippen, die hier angezeigt werden, wie es geht. Und dann berechnet man, wie schnell man ungefähr tippen kann. Ich bin richtig schlecht im Computer schreiben. Ihr könnt es ja gerne mal versuchen, ob ihr mich toppen könnt. Ich glaube, es ist wirklich komplett einfach. Aber dann probiert es mal. Ich habe genau eine Minute Zeit dafür. Und ich bin gespannt, ob ich verkackt oder nicht. Drei, zwei, eins, go. Mein Enter funktioniert nicht. Hallo? Es, oh Gott, nein. Reload. Kein Moment. So, das war schon wieder, ich musste einfach das Leerzeichen drücken. Ich habe die ganze Zeit Enter gedrückt, mein Fehler. Aber jetzt nochmal. Bin, wir, um, wollen, sondern, uns, denn. Weiter alles. Bis zum nächsten Mal. Oh, ich habe es geschafft. Ich hatte 47 Wörter pro Minute, habe ich geschafft. Das ist, habe ich ein gutes Ergebnis. Ich schaue mal kurz nach. Nein, ich habe richtig etwas verkackt. 147 ist natürlich schon Top-Leistung, aber ich bin leider nicht dabei. 47 Finger finde ich jetzt auch nicht besonders so schnell. Aber ihr könnt mir gerne mal testen, wie schnell ihr seid. Ihr schaut mal gerne eure Ergebnisse rein. Ich bin gespannt, ob ihr wirklich schneller seid als ich oder wie ich schon so ein besonderes Etwas bin, was wirklich schon 47 Wörter pro Minute schafft. Wörter pro Minute? Aha. Oder what's per minute, wie wir es aussprechen. Yo, da würde ich sagen, hier nochmal eine kleine Eins-Szene übersteuert, wie ich auf mein Transaktor rumhaue. Aber davor das Outro. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Lolli.